Musik Zuerst wollte ich schreiben, Ketchup mit Stücken Guten Tag, ihr Schwänze Seid ihr bereit zu sterben? Es sieht halt irgendwie legit aus wie Minecraft, nur komplizierter Was zum Fick ist das für ein fucking Regenbogen-Nasenbär? Alter, die Animation ist ja mal Wir suchen jetzt eine Höhle Eine Höhle haben wir grob, jetzt brauchen wir eine Höhle für Sachen Steck dich ab Kupfer Oder wenn es nicht runter geht Es geht sowieso schon los, hier oben stirbt sowieso alles Ich glaube ein Schleim hat gerade ein Eichhörnchen getötet Also du meinst, ich erkenne Höhle, wenn ich auf einmal irgendwo runterfalle und sterbe Ja, aber an sich die Anfangsdinger oft war es einfach in so einem Berg und du siehst einfach nur, es geht runter Ich habe ein Speer gefunden, ich habe ein Speer gefunden Ich habe ein Speer gefunden, I guess Hey Oh, ach ja Ach ja, wir haben Crimson Herzlich willkommen im Fleischland Das ist alles Böse, bis sie gehen da weg, sonst stirbst du instant gefühlt Alter, ich finde es vor allem geil, ich gehe zwei Schritte weiter und schon bin ich in Deaths Super Zombie Zone und was zum Fick bist Man nennt das in Terraria auch das Böse Was ist das? Was ist das für ein fliegender Hummer? Steck dich ab Weiche von mir, Dämon Steck dich ab Piste Noch einer Oh, ich bleibe hier in meiner Bude Ich mache das, was ich immer mache in Minecraft Ich baue mir zuerst ein fucking Holzloch Und da lebe ich dann für die nächsten Stunden, Tage Solltest du mich suchen, äh, guck einfach da, wo die fliegenden Hummer sind Die es irgendwie auf mich abgesehen haben Also, äh, um Rick and Morty zitieren zu dürfen Ich suche jetzt also Zeug, damit ich mehr Zeug machen kann, wo ich mein Zeug reinpacken kann Yes I like this game Glibber und beliebiges Holz Aha Ich bin gerade echt froh What the fuck Was ist der denn für ein Bloodborne Ficker? Okay Das sieht fancy aus hier unten I have no idea where I am Ach so, die spawnen hier einfach, okay Ach, da ist noch so einer Na komm her, die steche ich ab Ja, da kannst du auch im Wasser bleiben Stech dich ab Mit meinem Speer der Langreichweitung Und Keramik und Heiltränke Hast du, aber, Moment, hast du nicht eigentlich gesagt, man kann in dem Spiel angeln? Ja, macht aber später erst hin Wir haben das Kind noch nicht We have what? Es gibt ein Anglerkind Auf einer der zwei Seiten vom Ozean Ein Anglerkind Ja Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche das Kind verpufft einfach, statt zu sterben, weil Würde es normal gekillt werden, wäre das Spiel, glaube ich, ab 18 Kind zur Platte Was ist leider nicht? What the fuck is this game? So, ich habe jetzt hier unten mein Lagerfeuer Und da das eine Höhle ist, die keine wirkliche Luftzufuhr hat, werde ich wahrscheinlich irgendwann an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben Wenn das viel realistisch wäre Ja Ich meine, das Praktische jetzt gerade an der Sache ist Je weiter ich hier runtergehe Desto mehr Luftlöcher finde ich Desto weniger schnell sterbe ich an einer Kohlenmonoxidvergiftung Klebriger Leuchtstab? Ja, die kleben Nee, wirklich Ja, das tun die Bomben zum Beispiel teilweise nicht Nein, nicht zwei machen davon Ich kann sogar Skelette verkloppen, nice Aua Oh nein, da ist eine aggressive Blume Alter, das ist ein Knopf Ich bin fast tot Ich habe nur noch ein funken Herz And I'm dying Oh boy Fucking rap Well, that happened Ich will zurück in mein Loch Oh fuck Oh god Hör dir beide mal auf, um die fucking Tür aufzulassen, ihr Wichser What is erring me? I am drowning Es ist nass und dunkel und ich sehe nichts Oh boy Ich will scheiße verkaufen Ich will äh Hasslos werden Oh Freiheit Oh Freedom Aber wie kein Yay Tauben Ich meine, ich habe einen Speer Einen rücksichtslosen Speer Ich habe ein dämonisches Schwert Wieso hast du immer so viel coolere Sachen als ich? Weil ich stehe mir wache Ich war auch da unten Bin ertrunken Ach, ich bin erreicht, ertrunken Ah ne, I'm not drowned Ich bin äh Wodran bin ich nochmal krepiert? Achja, die, die Falle Ich will irgendwas mit meinem Wurfstellen abschmeißen Ich weiß auch, glaube ich, schon genau was Komm her, Homer I will fuck you up Das ist das Rematch, was du schon immer wolltest, aber nie bekommen hast Yeah, Homer You better run But you cannot run Shuriken Das Schlimme ist, jedes Mal bei Shurikens muss ich immer unweigerlich an die eines Hauspark-Folge denken Spielspaß mit Waffen Ich glaube, ich habe einfach nur eine fucking Spinnen-Anarchisten-Grube gefunden Wiii Alter, Crimson-Torches sehen aber cool aus Ja, ihr seid hier mit mir gefangen, nicht ich mit euch Au Yeah, bitch Ich meine, bei mir, ne, der gesamte Stream wird im Grunde darauf hinauslaufen Äh, I will die from something I did not know And then I say, okay Ich fühle mich halt hier, als wäre ich mitten in so einer Fleisch-Clowns-Party The fuck Ähm Beute Silberbahn Schwacher Heiltrank Münzen Seile Und ein magischer Spiegel I guess I will use that Wenn die Dinger an der Wand kleben, ist es kein Kristall, sondern wenn du das Ding kaputt machst, dann äh, böses Ja, hier klebt so ein Herz an der Wand, ja Ja, das ist böse I should not do that Nicht, nicht kaputt machen, kannst du eh nur mit dem Hammer oder mit Dynamit kaputt machen, bis wir halt mit alles was exklusiv ist Oh boy Bomben, Dynamit oder halt mit dem Hammer Wieso, 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 wieso sind hier, wieso ist jetzt einfach mal Blue Zone Oh not this again Not this again Oh, much for mine Nooo Stop poison Oh man Ich hab, ich hab voll die geile Küste für dich Oh, ho, ho, hola Ich hab da Pass auf Warte, warte Baboom I made art Wo hast du so viel Platin her? Ihr, ihr lässt das gerade klingen, als ob ich jetzt weiß, was ich tue Ich bin einfach in die Fleischzone gegangen und, ne? Hat Darta gefleischt Eben Ja, möchte der, dass ich jetzt wieder in die Fleischzone zurückgehe I mean, I can't go back in the meat zone If you want to see me die again Ich weiß nicht mehr, ob ich da überhaupt noch wieder hinfinde But okay Ja, ein Schweiterling That's nice I'm going back to the meat zone Get meat Oder die Spawned Geld Nach dem Motto, Alter, Schoßmann, du bist voll scheiße, dein Geld ist schon lange weg Und ich so Ich weiß es gar nicht Going back to the meat world Ich finde halt nur einfach den Kontrast irgendwie geil, weißt du Ich so Ja, ist halt Geld, ne? Und ich Und Chad so Oh mein Gott Nein Was ist so much Geld? Ich so Yes Your point Not again Da ist der Knopf Okay Seid ihr glücklich? Jetzt haben wir das Geld wieder Und da unten ist untoter Minenarbeiter Schuhspikes Schuhspikes wütend Verdächtig aussehendes Auge Nimm das Auge bitte mit Ist in Arbeit Verity Slots Ermöglicht dir Wände herunterzurutschen Wäre besser die Fähigkeit, wenn ein Kleider kombiniert ist Plus 3% Schaden Heißt das, ich kann jetzt auf Leute draufspringen? Heißt das, ich kann jetzt Super Mario Super Mario Nein Nein, kannst du nicht Schatz, was machst du da? Explains a lot It explains a fuck lot Warte, 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 warte How can I give you stuff? Because I found this one Oh Ich seh jetzt Holy shit Oh mein Gott Meine Welt ist Interface Okay, das ist auch cool Dass die Map so im Hintergrund ist, aber Ne, ich mag das so tatsächlich lieber Oh boy Da runter? Geh mal runter Geh mal runter, sagt sie Ich komm hier nicht Wow Ich kann nichts sehen Oh meinst du, Synamid Babe, what the fuck are you doing here? Ein Loch so, oder? Warte, ich hab zwar über 200 Seile Wieso kann ich ausgerechnet hier was sehen? Hi Hi Oh Das sind ja süße Knalleffekte Wie, hä? Wie kann das hier reinregnen? Es ist ein Loch Was oben aufmisst Ja, aber wie kann das Loch hier Wie kann das Loch ein Loch haben? You know what I mean? Um Wir kommen jetzt hier Ah Um Help I can't Oh, I can't Okay, never mind This is what you get This is what you get, babe This is what you get Ich mach einfach nur schon mal das Loch bereit Ich mach einfach schon mal das Loch bereit Ich erspare mir jeglichen Kommentar gerade Du hast die Karte, äh, die Kiste wirklich Stuff genannt Ah, ist nicht gut Willst du meine Art und Weise, Sachen zu benennen? Etwa gerade die Ich diskriminiere deine Art, Sachen zu benennen You really need to stop dying Aber wer ist da jetzt der Merchant, der ganz oben? Äh, der Der Bitte wirf gerade mal kein Dynamit runter Weil ich bin hier auf einmal unten Welchen Teil von Bitte wirf mal gerade kein Dynamit runter hast du nicht gehört? Ich I'm drowning, Onkel Dolan Dräun Oh boy Okay, ich hab gemein Ah Das schwere ich nicht This is not helping This is helping actually How the fuck is this helping? Sag nochmal, das hilft nicht Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Ja, woher hätte ich denn auch wissen sollen, dass Dynamit ins Wasser schmeißen einfach mal das Wasser entfernt Oh oh And the other one's gone Ach so, wenn ich mich selber umbringe, kostet mich das kein Geld Sehe ich das richtig? Wenn ich mich selber umbringe, kostet's mich kein Geld Tja, Bitch Ich wollte nur mal meine These prüfen Ach so Ups Das machst du heile Scheiße Das machst du jetzt heile Ähm Fixed it Pfff 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 Wow Hey, guck mal, ich hab im Grunde einen Smiley gemacht Pfff 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 da kann diesmal kann ich da wirklich nix für noch mehr noch mehr seile ist so fucking ich muss nur die zehn stellen wiederfinden wo ich immer krepiert bin ach so ja zwei sind hier das sieht halt legitim aus als wenn wir hier so ein kletterpark bauen vogelpark waldrode ach so funktionieren die dinge ja ich glaube ich bin mit meiner holzrüstung hier auch ein bisschen falsch wir haben den elevator das reicht willkommen in der hölle nicht so war schon immer im einzelhandel ich gucke ob ich mir mal neues zeug craften kann ja was willst du mit einem komischen staf und so suchen wir jetzt sky islands oh mein gott ich mache die hölle gerade mal ein bisschen begehbarer für uns was schwierig ist weil hier überall fucking brennende fledermäuse rumfetzen und die halt denken ihnen gehört der ort was technisch gesehen der fall ist es gibt den dämonen die hast du ja gesehen der hat dann eine voodoo puppe in den klauen ja aber fällt kommt dann die fleischwand und dann haben wir ein problem die was kommt dann die fleischwand die zaffelstück der guide ist das fucking oh mein gott hier ist gerade ein fucking mega dragon an mir vorbei gesaust jetzt kannst du kissen oh yeah okay ich bin bereit das ist alles was er macht dumm rumschwabbeln ich schieße dir ins auge schlitz dein auge auf ich mach mal das was ich am besten kann sagt in die luftjagen in der bude hier wenn du da mal rauskommen würdest so nein Feuer das macht wirklich null damage was oh god hast du es gleich hast du es gleich der hat doch noch voll viel leben da unten sind doch nur über 400 hey 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 boom boomska was war das nochmal nochmal diesmal benutze ich feierweil weggefickt den jungen es liegen halt überall augenstücke hier in der base rum ist halt disgusting oh mein pepsi man danke für die 2 euro spende mein dude alter der hat da genau durchgesnipet ja gut aber hier unten ist dann doch nichts mehr ich habe jetzt hier ein klavier rausgeholt das war halt das was ich gefunden hatte ich habe ein obsidian klavier gefunden und nen obelisken like is ok wieso kann ich das klavier hier nicht platzieren ich möchte hier ein klavier danke ich kann aber das klavier nicht spielen das macht mich traurig let me get it straight da ist also irgendwo auf dieser welt irgend so ein kleines kruppviech was wir nebensächlich umnieten können es ist klein genug dass wir es vor allem in der nacht versinnlich umbringen könnten ok nur mal so und das kann und wonach muss ich da ausschau halten ähm einen kleinen schmetterling im regenbogeneinhorn wunderschönen glitzerland was im hard loud ist und bevor dein hirnglecht noch anfängt zu brennen wir sind noch nicht so weit ok erstmal so wie ich das verstanden habe die fleischmauer was wir uns dann beim nächsten mal wahrscheinlich vornehmen würden oh i guess wenn wir so weit kommen das schlimme ist ich habe irgendwas komplett bescheuertes geträumt das weiß ich noch dann das nächste wo ich mich erinnern kann dass es mir so ein bisschen schlecht geworden ist und ja dann habe ich meinen mund gekotzt und bin wach geworden gesächtung Bis zum nächsten Mal.